Hallo, guten Tag! Wir sind wieder hier in der Höhle, wo wir das letzte Mal die ganzen Assis hier umgehauen haben. Ich bin Basti, ihr seid auf Felix Beziehung und es ist Serious Sam Second Encounter in HD. Wir gehen jetzt einfach mal runter, weil wir können. Und fallen dabei. Bitte sagt, dass ich es schon gespeichert habe. Gut. Natürlich kommt ihr jetzt alle. Wisst ihr auch warum? Weil ihr scheiße seid. Das, was gegen die bringt, aber ich weiß, dass das hier aus gegen die bringt. Habt ihr das gesehen? Kann man denn so gestört sein? Tja, da würde ich sagen, da war ich krasser. Oh oh, ja guck mal, wer da hinten kommt. Sag mal, hattet ihr euch nicht schon alle weg? Was ist hier los? Kann mir so ein Mensch sagen. Und ich hab daneben geschossen, ja? Ey, ihr wart doch schon alle weg. Habt ihr das gesehen? Da oben kam die alles gerade nochmal. Ey, kein Scheiß. Nee, ich mach das jetzt nicht nochmal. Nee. Fuck you. Kein Scheiß. So behindert, so ein Quatsch muss ich mir nicht, aber ich muss, muss ich echt. Oh Gott. Ja, okay. Ich dachte, ich hätte eine Wahl. Nein, das Spiel hat mir keine Wahl gegeben. Gut, dann lass uns das jetzt mal auch ein bisschen mit ein bisschen Ernsthaftigkeit hier angehen. Tot. From the flame into the fire, from the rain into the flood. Und tschüss. Fotze. Zwischenspeichern. Es geht weiter. Hallo. Na? Gnuch mum? Ui. Hallo. Guten Tag. Hi. Oh, und nochmal, alle. Wisst ihr wat? Kam bocht mal auf die Scheiße. Spaß. Was? Wie? Von wem jetzt? Okay, gut. Dann haben wir jetzt erstmal den Quatsch hier unten auf. Kein Scheiß. Ich glaube, ich mach das gleich. Wofür hab ich die Bombe? Na, wo bleiben jetzt dein Kollege? Da ist er doch. So. Kein Scheiß. Irgendwann langt's auch einfach mal, ey. Wenn man die schon umgebracht hat, ne? Und dann die einfach wie so... Zombies wieder auferstehen, ja? Keine Toleranz für Zombies. Also, ne. Irgendwo hört dann auch mal der Freiheitsgedanke auf. Tun und lassen zu können, was man will. Ja, in vielen Lebensbereichen möglich. Eventuell folgen daraufhin dann auch Konsequenzen. Das alles hat irgendwelche Folgerungen. Wenn ich etwas esse, dann bin ich satt. Wenn ich Zombie bin, dann werde ich getötet. Das ist dann halt so. Und, ähm, was willst du sagen? Weil es gibt halt einfach manche Lebensformen... Die müssen nicht leben. Weil sie es ja auch nicht tun. Weil sie untot sind. Ich glaube, dieser... Das Let's Play wird ein einfaches... Einfaches, also ein komplettes Sammelsurium tiefphilosophischer Sätze. Wenn ich mir gerade zuhöre, was ich da gerade alles vom Stapel gelassen habe. Es ist also einfach krass. Ja, komm jetzt mach. Oder werde ich schon wieder von hinten beschossen? Ja. Aber natürlich. Wie Nutten, Alter. Und der ist selber runtergesprungen? Perfekt. Du bist ein Spast, ey. Jetzt habe ich da wieder Sammim5 geschaltet. Alles klar. Cool. Finde ihn nett. Hätte jetzt mal gerne Lebensenergie. Da liegt welche. Perfekt. So. Ist ein bisschen nach das hier ein. Zwischenspeichern. Weiter geht's. Hey, Fotze. Ich mach dich platt. Oh. Jetzt aber. Zwischenspeichern. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr auf dauernd sterben und wieder am Null anfangen müssen. Jetzt wird einfach nur noch abgewandt. Ey. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Und da hinten ist schon wieder jemand. Ja. Nicht mehr lange. Wie noch am Leben. Ich glaube, es hackt. Manchmal kackt es auch. Da hackt es nicht nur. Ja. So. Und speichern. Und weiter. Ich vermute schon wieder Dinge. Wisst ihr. Und jetzt fällt es ja auch noch runter. Lass mal hier runter gehen. Ich glaube, da sind sie schon wieder. Unsere. Unsere. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Dein ist auch einer davon. Oh. Alle, die wir eingeladen haben, sind gekommen. Ist das nicht was Schönes? Kein Scheiß. Und jetzt sind deren Shots auch homing eigentlich so. Tod. Nein. Nicht tot. Jetzt. Oh nein. Auch nicht tot. Komm. Ich habe zwei losgeschickt. Einer davon muss jetzt mal ankommen, oder? Dann schicke ich drei los. So. Ja. Tot. Hab wie ja nur noch 28 Leben. Fette Scheiße. Geil. Bin ich Fan von. Guck mal. Da habe ich eine starke Rüstung. Plus 50 sogar. Mann. Oh Mann. Oh Mann. Mal an. Alter. Bin ich in der Hölle angekommen, oder was? Wo? Ja, okay. Ich habe gelernt, die Teile sind homing. Ich habe es übergriffen. Ich habe es jetzt gecheckt. Auch wenn sie nicht unbedingt smart homing sind. Hi. Fotze. Bist du tot? Geil. Zwischenspeitern. Weiter geht's. Hi. Weiter geht's mit dir. Hab den Gott. In den Sack geschossen. Oder in das Äquivalent, was auf seine Spezies gilt. Eventuell auch auf das weibliche Äquivalent. Ich will ja nicht wieder hier nur, ne? Patriarchat und so. Fahre ich mir wieder den ganzen Quatsch der Feminazis anhören darf. Ja, ist ja schon so oft passiert, ne? Dauernd sprechen mich Feminazis auf meine Videos an und sind irgendwie... sind irgendwie erzürnt, weil ich immer nur über die Männer spreche. Das ist ja so. Passiert ganz, ganz, ganz oft bei der Reichweite, die ich inzwischen einfach hab. Und dann bleibt's nicht aus, dass auch mal solche Communities auf einen aufmerksam werden. Und ja, also was will man sagen. Es passiert halt einfach. Es, äh... Man nimmt das dann mit der Professionalität hin, ja? Aber es beschäftigt einen ja auch. Das ist nicht so, als ob, ähm... Als ob man da gar nicht drüber nachdenkt. Es ist, ähm... Eine gewisse Form von, äh... Tatsächlicher Rezeption. Also ich krieg's mit. Und ich denk drüber nach. Und dann denk ich mir... Manche Probleme sind auch selbst geschaffen. Einfach mal hier durchrennen. Vielleicht geht's ja auch. Und tot. Ich glaub, das hier ist ein bisschen zu krass, um einfach durchzurennen. Aber kein Scheiß, ne? Wie will man denn? Ich kann hier auch nicht drauf stehen bleiben, wenn ich das richtig verstanden hab. Die Teile versinken hier. Also es ist Magma, die so eben hier drauf schwimmt. Wenn ich das richtig... Ich so verstehe, irgendwie. Hallo? Ja, ey. Nee, der ist jetzt da runtergerutscht, Alter. Ich hab mich nicht mal bewegt. Oh Gott, ey. Also kein Scheiß, ne? Manche macht's auch keinen Spaß mehr. Einfach weil's kacke ist. Ja, und du hältst die Fresse. So. Ja, manche Leute verdienen auch das, was sie bekommen. Ja? Geht ihr wirklich ein, wenn ihr da drauf steht? Behinderte Teile. Ihr seid aus dem Material da unter euch, ey. Sagt viel über euch aus. Kein Scheiß. Tut es. Hi. Zwischenspeichern. Zwischenspeichern. Ich bin drüben. Und diesmal jetzt auch noch platt. Ja? Wie schmeckt das? Spasti. Deeskalieren. Ich merke, ich bin etwas hochgefahren. Geil. Geil. Woo. Freut mich doch, ey. Find ich nice. Ja, find ich echt gut. Die Krabbe hat sich gerade wieder bestimmt gefreut. Was? Woher kam das jetzt? Von dir etwa? Du bist eins Spast. Ah, nee. Da. Ja, was. Ich haue dich um, ey. So. Zwischenspeichern und weitermachen. Wir schießen uns den Weg hier durch. Und alle tot. Und wisst ihr auch warum? Ja, es hat viel mit Skill zu tun. Und damit geheime Energien zu finden. Jihah. Und das hat auch was mit Skill zu tun. Seine Waffe zu verlieren? Nicht. Ei. Du Spasti, Alter. Aber wisst ihr? Aber weißt du was? Du hast nur meine Armor verletzt. Und das sagt wieder mal mehr über dich aus als über mich. Und da ist er platt. Und da ist er platt. Das Buch hatte also recht. Ich glaube, der letzte Teil nennt den genauen Ort des Heiligen Grals. Und wenn ich mich nicht irre, muss der Gral in diesem Eisschloss sein. Ich sehe jetzt auch noch kein Eisschloss. Ich wünsche meine TV hätte so ein Stand gehabt. Ne? Boah, jetzt auch noch diese ganzen Fünkchen, die hier umher schwirren. Sieht schon ganz nett aus. Guckt mich so behindert, ey. Ab in Stargate, ey. Krasses Teil. Und natürlich schießt wieder MC Spasti mit seinem Quatsch voraus. Ja. Ich kann nicht richtig laufen hier drauf. Verstehst du das? Hallo, ich kann nicht haben. Jetzt kann ich irgendwie... Hallo! Warum kann ich nicht meine Waffen wechseln? Alter! Was ist hier los? Ey, danke dafür, dass ich gerade bestimmt 5 Sekunden oder 10 Sekunden nicht meine Waffen wechseln konnte. Weil ihr alle gestört seid, ey. Kein Scheiß. Das ist der Grund. Ja, du bist ein Analysieren? Unstark. Interessiert mich halt auch null. Wenn mir nicht möglich gemacht wird, irgendwie meinen Shit hier irgendwie richtig zu koordinieren, weil er auf dem Eis rutscht oder sonst was. Ist mir vollkommen egal. Also wenn das Game es nicht hinbekommt, dafür zu sorgen, dass ich ein vernünftiges Spiel spielen kann. Schon wieder. Ja, ist hier zu viel mit dieser Eisfläche zu berechnen? Weißt du auch warum? Weil du ein Spasti bist. Störtes Teil. Ja, komm, hau ab, ey. Analysiere. Okay, was geht ab? Okay, es ist nicht wirklich aus Eis gemacht, aber in den alten Legenden heißt es nun mal Eisschloss. Ich muss zugeben, es sieht wirklich wunderschön aus, aber vielleicht ist es meine feminine Ader, die dieser überwältigende Anblick überwältigt. Lass uns den Heiligen Graal holen. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Feminazis sind am Rotieren. Boah, hat was gesehen, Alter. Aus dem Lauf. Das ist aber nicht. Aber das. Und da vorne auch. Und da vorne auch. Boah, Alter, geil. Das ist der Mann 1 Skill. Ja, da könnt ihr es nicht machen, ne? Tja, das würde mich auch stören, wenn ich einer von euch wäre, ey. Nur in gerade Linien schießen können, würde mich tierisch aufregen. Sicherlich so tierisch, wie diesen Bullen hier, den ich da gerade erschossen habe. Und weg mit dir. Wuuuuh. Geiler Shit. Wuh. Wuh. Geil. Geil. Und wo kommt er her? Da hinten. Cool. Mach ich auch platt. Peng. Diese Reaktion, meine Damen und Herren, das sehen sie nicht oft. Oh, Alter, was eine Schlacht, ey. Oh, kacke. Das war vergreuleter Schuss. Das musste nicht sein. Ja. Ja, aber das ist eine gute Idee eigentlich. Und diese blauen, die gehen echt gut weg hiermit. Die da hinten nicht, aber die blauen. Aber was lag da vorne rum? Richtig. Raketen-Nerver. Lass mal nutzen, Alter. Und ich zeige euch mal, wie das richtig geht mit den Raketen, ja? Hey, jetzt stirb doch mal. Oh, oh. Oh, Gott. Oh, nein. Nein. Ey, kein Scheiß, ne? Manche Sachen muss man nicht gut heißen. Habe ich vielleicht schon mal drüber geredet irgendwann. Das war wieder so ein Fall davon. So, komm. Hi. Und tschüss. Ich haue dich weg. Also, was? Ja, gut. Wisst ihr, was soll diese dumme Kreis an sich da? Wir müssen ein Mensch erraten. Hallo. Jetzt, 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 jetzt bleib stehen und mach einfach. Oh, Gott. ja, meinst du, du schaffst es, mich noch zu kriegen? beim Stark hast du das gemacht, ey. Irgendwann mal zwischenspeichern ist vielleicht auch eine gute Idee. Ich habe zwischengespeichert, ne? Oh, er hat das gerade für mich aufgerammt. Das ist ja nett. Ey! Nee! Ey, nee! Kein Scheiß, nee! So nicht! So nicht! Alter! Ich habe nichts gedrückt, nichts! Und das wurde geskippt, alter! Nicht cool! Nicht cool! So ein Quatsch fangen wir hier nicht an auf 4x Beziehung. Wenn, dann spielen wir den Scheiß richtig, ey. Warum auch immer ich die jetzt gerade genommen habe. Na ja, dann kommt es her. Los! Aber alle! Wahrscheinlich darf da kein Gegner! dann mehr sein also nie gibt es nicht wir müssen jetzt halt erst die leute töten kein scheiß oder spielst du einfach verbuggt das kann natürlich passieren aber ich hoffe es einfach mal nicht wenn ich schon geld für so ein eigentlich fertiges spiel ausgebe dann dann will ich so ein quatsch wie solche fehler nicht haben hallo hallo jetzt aber zwischenspeichern und rein hier das ist das ist das ist das ist das ist Dieser Hurensohn, mit diesem Wort möchte ich mich verabschieden und Tschüss.